Ja, Mom und Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Nemesis unterwegs und wir haben ein Randomizer-Setup, genetische Grenzen, Hebelwirkung, KO und Insidious. Das sind die vier Fähigkeiten, mit denen wir heute unterwegs sind, Leute, und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Wir sind auf der passenden Map Abfahrt. Letztes Jahr hat man eine E-Mail bekommen, aber es kann manchmal ein bisschen dauern. Ich hatte zum Beispiel dann auch die eine, der eine Recap war schon relativ früh gekommen für Zuschauer, aber für Streamer war irgendwie relativ spät. Oh mein Gott! Er droppt einfach diese Palette direkt. Okay, das ist krass. Hier war noch jemand gerade, habe ich genau gehört. Oh! Digga, der guckt ja irgendwie gar nicht auf seine Umgebung, oder? Kann das sein? Guck mal, hier rennt gerade schon ein Zombie lang. Dann würde ich sagen, packen wir hier auch jemanden an den Haken. Und dann gehen wir so rum. Ach, der ist sogar schon rein. Okay. Dann gehen wir so rum. Zombie-Gaming, let's go! Kann doch hier noch sein. Ja. Oh! Moin! Wie will das Ding? Wie war der? Die eine rennt doch bestimmt hoch. Yo! Äh, wildes Ding. Nice! Okay. War doch gar nicht mal so verkehrt, Leute. Gehen wir einfach direkt schnell hier hin. Und dann versuche ich wieder in die Mitte zu gehen. Hey, die Moments, die waren schon cool. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass die Moments rausgenommen wurden. Da oben ist jemand am Laufen, dann hole ich mir den lieber. Und dann hole ich den lieber. Ja. 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 Schnapp'n. Schnapp' ihn dir, T-Shirt. Oh! 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 Wenn ich Glück habe. Oh! 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 Machen wir es halt so Ich kann dir auch einfach Ghetto-Faust geben Möde um 737 Stunden 750.000 Kanalpunkte Wild, Alter Ach, man bekommt sogar eine Medaille dafür, Wild Okay Dann können sie ja sonst nichts So, da ganz hinten sehen wir jemanden, das könnte sein, dass der sich droppen lässt Leute, lasst doch mal hier eben kurz schauen Nee, geht hier oben lang Jo Ah, die Kratzspuren, ne Die haben dich ein bisserl verraten leider, mein Freund, sorry Bro Oh, nice Scheiß auf den Jen Jens before friends Das nehmen wir dann natürlich mit Komm, ich kann mir rein Ah, schade Wieder nur mich selbst verarscht Oben Was da denn passiert gerade Ich höre jemanden Ich setze ihn jetzt mal schnell zurück Zombies sind auf jeden Fall auf der Jagd Beide So, und wir sind auch auf der Jagd Oh, er rennt nach oben Nach links kann er nicht Okay, sehr schön Nicht mehr verletzt Das war der, der so ganz merkwürdige Laufwege hat Moin So, noch ein Generator Zombie Gaming Schade Hier Ich weiß auch nicht Den Typen, den kann man einfach wie ein Buch lesen, ne Das ist schon wild Dann hängen wir hier hin Uh, der ist sogar RIP Okay, krass Damit habe ich gerade irgendwie noch nicht so wirklich gerechnet gehabt So, Problem Ah, ne, das ist nicht der, der hinten drauf ist, ne Ich muss aber jetzt auf jeden Fall mal die Generatoren abchecken Sonst hat der Spaß hier gleich schon ein Ende Ist ja ein bisschen schade, ne Da geht ein Zombie auf jeden Fall rein Da sind die auch dran Dann kommen wir mal aus der anderen Richtung dahin Nice Hat sie auf jeden Fall erwischt Oh, der Zombie hat gerade die Mech umgeprügelt Oh mein Gott Und die Mech ist einfach disconnected, Leute Das lässt sie nicht auf sich sitzen Alles klar Die Mech ist einfach der DC Dieses Jahr waren es 98 Gift Ach, sowas wird sogar auch angezeigt Crazy Muss ja alles auf dem Zettel haben 3.250 Stunden hat Mödom Oha Was ne Ansage Oh, die anderen heilen sich, glaube ich Mech hängt jetzt leider genau da Wo sie ein bisschen stört Wo willst du hin hier? Sollen wir irgendwo hingehen, wo ich ihn gebrauchen kann Sollen sie einfach dem Typen nicht mehr helfen? Weil er im Bot ist Ah Okay Oh, den wollte ich gar nicht schlagen Ich dachte, da kommt einfach nichts mehr So, wir rennen weiter Oh Zombie Gaming Okay, aber der zeigt mir an, dass da jemand lang ist Dann gehen wir für den Hier schnell runter Vielleicht springt mir jemand in die Arme Jo Macht's sogar wickig Nice Da außenrum Versuche hier wieder abzukürzen Jo Hat geklappt Excuse me Ich hoffe, dass sie hier lang rennt Jo Macht sie Okay Okay, krass Ähm Oh, guck mal, da kommt ein Zombie Oh Hey, der Bot ist ja genauso wie der Spieler, der den vorhin gelenkt hat Wie geil ist das denn? Das ist ein Ehrenbot Hey, lässt sich einfach vom Zombie einmal klatschen Und rennt mir dann schön in die Arme Okay, die andere ist mir nicht in die Arme gerannt Die ist einfach disconnected Aber hey So Oh, da vorne kommt die andere Ich hab sie gesehen Geht sie jetzt wieder andersrum? Das Problem halt, dass ich sie gesehen habe, ne? Jo, hier ist sie Geht die runter? Geht sie Gehen wir hinterher Jo Okay Alle Leute noch erwischt Wild Keine Ahnung, wie das jetzt gelaufen wäre, wenn die Oh, die ist das erste Mal am Haken Dead on first hook, alter, bitter Ähm Keine Ahnung, wie das gelaufen wäre, wenn die Mac nicht die Seed wäre Weil die war ja noch am Leben Aber der Bot macht ja dann eigentlich auch die Generatoren mit, ne? Jo GG Kann man da glaube ich schon sagen Die Laufwege waren manchmal einfach Einfach anders wild Ach, schön GG Aber auf jeden Fall Ups, das wollte ich gar nicht Wollte nur GG sagen eigentlich Erstmal Leute reporten Ich würde sagen, das lief doch ganz gut, Leute Dafür, dass wir mit Nemesis nicht ganz so oft unterwegs sind Und seinen Schlong nicht immer unter Kontrolle haben Kann man zufrieden sein Ich hoffe, ihr seid das auch Falls es umso ist, dann freue ich mich natürlich wie immer Wenn ihr einen Kommentar like da lasst Und beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute Macht euch noch einen schönen Tag Und wir sehen uns dann im nächsten Video Bis dahin Ciao, ciao 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 Ciao